Also ich meine, diese ganze Truther-Szene oder was auch immer, wie sich das nennt, ist es ja eigentlich im Grunde genommen, ich meine, guckt euch doch mal um, wer ist denn da wirklich was, kannst du gerne mal vorbeischauen? Ja, ja, danke für die anderen. Wer ist denn wirklich versteht ihr Leute? Also wenn ihr die Einblicke hättet, die ich habe, oder die Einsichten hättet, die ich habe, ja, ich bitte euch Leute, aber das ist, das kann man ja keinem erzählen. Was ist denn, wenn ich jetzt hingehe und erzähle euch, dass es überhaupt keine Opposition gibt in Deutschland? Das existiert nicht. Meines Erachtens. Ja, wie es für mich auch sieht. Vielleicht ganz, ganz kleine oder so, die man überhaupt nicht kennt. Und selbst bei den Kleinen fängt schon teilweise an, wenn ich mir die Leute reinziehe. Ist einfach so. Wo einfach schon gewisse Sachen, die fallen einfach auf, wenn man da schon seit Jahren dabei ist. Man kennt einfach irgendwann seine Pappenheimer, man merkt das einfach, wie gewisse Sachen funktionieren und die sind ja auch nicht so, es ist ja nicht so kompliziert. Das ist eine saugute Frage, die kommt jetzt hier. Sau gut, ohne Scheiß. Wer war denn deiner Meinung nach wirklich ein Truther? Boah, super geile Frage. Und jetzt kommt die Antwort. Ja? Wenn du wissen willst, von mir, wenn du willst, das, was ich dir einen nenne, wer wirklich Truther ist, wo jetzt auch nicht der Eindruck irgendwie entsteht, dass der zu einer geheimen Gesellschaft gehört, zu irgendwelchen seltsamen Netzwerken, bla bla bla, oder dass da doch wieder irgendein Twist drin ist, ja, um die Leute hier zu führen, ja, wenn du mich das wirklich fragst und das wirklich wissen willst, ja, wenn du wirklich einen von mir wissen willst, der, wo ich jetzt wirklich sagen würde, oh, der ist aber real, ja, da steckt nicht nur irgendwas anderes dahinter, ja, oder der macht nicht irgendwelche satanische Symbolik oder so ein Zeug, was einfach alles auffällt, ja, und zwar nicht nur einmal, sondern gehäuft. Da muss ich wirklich sagen, die Antwort auf die Frage, wer war denn deiner Meinung nach wirklich ein Truther? Ich kann dir keinen nennen, nicht einen einzigen. ich weiß, dass ich wirklich auf der Suche nach der Wahrheit bin. Das kannst du aber nicht wissen. Ja, aber ich weiß das. Ja. Was, du bist jetzt angepisst, weil der letzte Mal nicht reinkommen ist? Nee, ich war einfach wegen dieser dummen Frage angepisst. Was ist denn los? Ja, er weiß ganz genau, mit wem er zu tun hat und wo er mit drin steckt. Andere Leute machen, der braucht gar keinen Heal draus. Damit kann ich wesentlich besser umgehen. Verstehst du? Da kommen ja nicht so blöde Fragen oder so. Das ist einfach, nee, aber ich habe einfach keinen Bock, mich hier dumm verkaufen zu lassen. Das ist mir einfach zu blöd. Einfach immer das Gegenteil zu behaupten, um interessant zu wirken. Nee, Leute, ich kann euch, ich kann euch nicht einen einzigen nennen. Niemanden kann ich euch nennen, wo ich wirklich sagen würde, wow. Ja? Gar keinen. Und vielleicht gibt es auch gar keinen. Ja? Ich hoffe nicht. Ich hoffe schon, dass es da ein paar Leute gibt. Ja? Vergesst es. Vergesst die Truth-Esszene, die sogenannte Wahrheitsbewegung. Wir müssen alle zusammenhalten. Dralala. Ja, ich muss mit Leuten zusammenhalten, die mich hinters Licht führen. Die permanent relativieren. Irgendeinen Dreck bringen oder sowas. Mit denen muss ich zusammenhalten. Ja. Und wenn ein Einbrecher in euer Haus kommt, wir müssen doch alle zusammenhalten, dann haltet mal schön zusammen mit denen. Ihr könnt euch ja dann das alles aufteilen, was er beuten will. Oder was auch immer. Versteht ihr? Was für ein Bullshit. Sie sagen es euch mitten ins Gesicht. Und das habe ich alles in dem Video angesprochen. Deutschland im Herbst. Ein Kommentar zur aktuellen Situation. Es ist alles drin. Was da wirklich wesentlich ist. Ja. Weißt du, du lösst dir immer noch witzig wie früher. Nee, jetzt glaube ich nicht. Ja. Versteht ihr Leute? Das war aber ein Ding, da habe ich lange Zeit gebraucht. Und was Toni früher immer gesagt hat. Der ist Gatekeeper, der ist Gatekeeper, der ist Gatekeeper, der ist Gatekeeper. Ja, wisst ihr was? Das war noch eine Untertreibung. Wenn ihr mich fragt. Nur das zu behaupten, ist halt so eine Sache. Versteht ihr? Man weiß das ja nicht. Ich vermute das bei extrem vielen Leuten, beziehungsweise ich merke da einfach unglaublich viele Unstimmigkeiten. Das und das und das und das und das und das und das. Ja. Wissen kann ich das aber nicht. Und in der Sendung, an ihren Früchten, sollte er sie erkennen. Habe ich jetzt auch klargestellt, dass das auch gar nicht das Entscheidende ist, das rauszufinden, warum denn jemand was macht. An ihren Früchten sollte er sie erkennen. Das, was da letztendlich dabei rauskommt. Und ob die Leute jetzt absichtlich in Ihre geführt werden oder aus Versehen, wenn das die ganze Zeit passiert und da Muster zu erkennen sind, ja. Und wenn ihr die Oma jetzt absichtlich überfahren habt oder wegen Alkohol am Steuer oder ob ihr geblendet wurdet von der Sonne, die Oma wurde überfahren und die Oma ist jetzt tot. Das ist das Ergebnis. Und wenn es ums Ergebnis geht, ist das unerheblich. Und ihr wisst sowieso nicht, warum jemand irgendwas macht. Ja. Das wisst ihr nicht. Du hast zwischendurch nicht mal mehr gewusst, wer dein Feind war oder wer Freund. Das hat mir irgendwie leid. Ja, aber weißt du was? Ja, Toni, es ist wahnsinnig geworden. Er glaubte, dass jede zweite Frau... Das hat er so nie gesagt. Aber wisst ihr, das funktioniert immer nur in eine Richtung. Also ihr könnt immer nur... Ihr könnt niemals wissen, dass jemand in Ordnung ist. Das geht nie. Niemals. Und wenn ihr das denkt, tja, Pech gehabt. So funktioniert das nicht. Ihr wisst es nie. Der gute Schauspieler lässt sich vergessen, dass er ein Schauspieler ist. Ja. Und... Aber umgekehrt geht das schon. Also wenn sich Leute halt disqualifizieren oder so, dann merkt ihr das schon. Also das ist nachweislich halt. Das ist ein anderes Ding. Da habt ihr was Handfestes. Aber umgekehrt geht das nicht. Nicht nur ich weiß nicht, wer meine Freunde sind. Und auch du weißt es nicht. Die anderen auch nicht. Verschüsse. Vielleicht hast du gar keine Freunde in deinem Leben. In Wirklichkeit. Möglich wäre es. Vielleicht habe auch ich gar keine Freunde. Und vielleicht haben auch die anderen Leute hier keine Freunde. Und selbst wenn ich nur ein oder zwei Freunde hätte, das wäre schon verdammt viel. Ja. Das ist so. Und das ist... Ich glaube, wenn das gewissen Leuten klar wäre, wie allein sie eigentlich dastehen, das wäre schon ziemlich übel. Aber die wollen das halt doch nicht wahrhaben. Ne? Und solange immer alles prima läuft, findet man das ja auch nicht aus. Ja? Also wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn hier nicht ein einziger, der hier drin war, echt war. Wundern würde es mich nicht. Und es gab Leute, bei denen war das mega offensichtlich. Und ich habe da auch sau oft das angesprochen, und auch bei Leuten, wo es dann immer gibt, nö, nö, das ist ja voll in Ordnung. Wo ich immer gedacht habe, ja, da habe ich immer meine eigenen Wahrnehmungen nicht vertraut. Da habe ich immer gedacht, oh, die anderen, die werden schon recht haben. Und ich hatte in diesen Fällen, was, um wo es da ging, wo ich Zweifel hatte, ich hatte immer recht. Zumindest mal hier, was das Sendung angeht. Immer. Wirklich. Ich habe da nicht ein einziges Mal daneben gelegen. Wenn ich der Meinung war, jemand ist irgendwie strange drauf oder so, hat sich immer beweitet. Leider. Ich wäre ja froh. Ich hätte mich gehört. Ich weiß, wie ich mich trauen kann, aber das ist nur eine Handvoll ohne Daumen. Nee, das weißt du nicht. Nein, Mr. Popo, das weißt du nicht. Es wäre ja schön, wenn du es wissen könntest, ja. Aber das kannst du nicht. Du kannst du nicht. Ich glaube es mir. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich hoffe, dass du den Leuten trauen kannst, denen du denkst, du könntest ihnen trauen. Ich hoffe, dass es so ist. Aber es gab mal einen, der heißt irgendwas mit Wolf. Ich glaube, der war ein True. Okay. ich halte mich größtenteils an meine Familie, die Kinder, Mama, die Enkel ist top. Ja, das ist klasse, wenn das so ist. Popo im Internet, niemand. Eine Wahrheit ist auch, Fehler zu machen, haut rein. Ja, was ist das schon wieder für ein absolut hohler Spruch? Verstehst du? Was ist das schon wieder für ein hohler Spruch? Ja, na klar machen wir alle Fehler. Nur, es ist doch so, macht man ständig neue Fehler oder macht man den einen und selben Fehler immer und immer wieder? Das ist doch die Frage. Ja. Und dann mache ich lieber neue Fehler, als immer den gleichen zu machen. Du hast dich gerade diskriminiert. Ja, von mir aus. Also, ich finde das auch gut. Also, wenn wenn das für euch so ist und ihr das so klar euch dann klar macht oder kommuniziert oder so. Die Wahrheit tut weh. Die Wahrheit, das ist nicht so, Leute mit schwachen Nerven. Wirklich nicht. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe es vergessen. Der einsame Wolf oder der graue Wolf hat interessante Videos gemacht und war plötzlich weg. Gimsi war der einzige, der echt war. der also kann man spielen. Wenn du wüsstest, was man alles spielen kann. Ja. Wisst ihr ja, wie mich diese ganze Trueser-Szene und das alles, wisst ihr an, was mich das echt erinnert? Wie an so eine Matruschka-Puppe. Ja. Verbindung mal eine Zeit lang, was? Verbring mal eine große Zeit alleine, dann wirst du schon merken, wer ist gut, wie ihr meint. Let's play. Da ist ein bisschen was dran, ja. Bist ja wie so eine Matruschka-Puppe und man macht die jetzt alle weg, ne? Also immer eine und dann werden die immer kleiner, ne? Und am Schluss ist da einfach keine mehr. Das ist die Trueser-Szene, ne? So kann man das eigentlich sagen. Wie gesagt, vielleicht gibt's ja da doch irgendwo Leute, ne? Aber mal die, mit denen ich mich da befasst habe, das ist echt, die Auffälligkeiten, die sind einfach zu groß. Also, das ist einfach, das wäre einfach fahrlässig, da irgendwie den Leuten blitzwort on. Das ist, ne, vor allem, ja, was wollt ihr denn, ne? Und ihr habt's auch in den Sendungen gesehen, wie sich Leute rein, weil sie disqualifiziert haben. Die Widersprüche, die waren einfach zu krass, ja? Aber das wollen halt viele nicht sehen, weil, weißt du, was die meisten wollen? Die meisten wollen, dass da jemand so nicht redet oder hat vielleicht noch irgendeinen tollen Akzent oder so, ne? Oder Dialekt. Ho, 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 ho. Das wollen die Leute. Eingelullt werden. Angenehme Sachen hören, ja? Also dieses, äh, Wohlfühl-Tuther oder wie auch immer ich das nennen soll, ja? Das wollen die Leute. Ja? Ja, so ist das halt. Aber nicht dahin gehen, wo es wehtut. Da, wo man dann erkennen würde, oh, meine tollen Helden sind ja eigentlich gar keine. Die haben mich nämlich verarscht nach Strich und Fein. Nee, das will man ja nicht wissen. Ne? Ne? Ja. Ja. Und nicht nur an ihren Früchten sollte er sie erkennen, sondern manchmal an ihren Zeichen. Wobei das nicht immer so eindeutig ist. Seine Erfahrungen auf andere projizieren, was für ein Spaß in der Nähe, das hat nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun. Guck doch mal. Willst du jetzt etwa abstreiten, dass der gute Schauspieler dich vergessen lässt, dass er ein guter Schauspieler ist? Verstehst du, was ich meine? Das ist ja, das zeichnet ja den guten Schauspieler aus. Dass du eben nicht merkst, dass er ein Schauspieler ist. Ja? Sonst wäre es ja kein guter Schauspieler. Ja? Das weißt du nie. Nie weißt du das. Ich dachte früher auch, ich könnte das. Das war ein Trugschluss. Und das musste ich eben lernen auf die Artetur. Ja? Was jetzt nicht heißt, dass das in Ordnung war, was da gelaufen ist. Aber dadurch habe ich es halt eben gelernt. Ja? Und es geht hier nicht darum, dass jeder scheiße ist oder sowas. Ja? Oder dass der jeder nur Böses will. Darum geht's nicht. Nur du weißt halt eben bestimmte Dinge nicht, ne? Ja, hier im Internet kann man das bringen, aber nicht im Relive. Was? Was kannst du nicht im Relive bringen? Das hier hat viel, viel mehr mit dem Relive zu tun, als der eine oder andere es immer gerne darstellen will. Beef und Titten, sogar Titten-Männer, nicht wahr, Popo? Mir nicht. Ich nehme die Wahrheit mit einem Lächeln. Was erzählst du für einen Quatsch? Ja? Ich will dich doch mal sehen, wenn es mal an die Unangenehmenwahrheiten geht, die vielleicht dein ganzes Weltbild auf den Kopf stellen. Bin ich mal gespannt, ob du das dann immer noch blödgrenzt. Verstehst du? Stell dir mal vor, du bist jahrelang verheiratet gewesen und findest jetzt raus, was Sache ist. Grinst du dann immer noch? Mir ist schon das eine oder andere Mal das Lachen vergangen. Ja. Aber das war halt einfach ein wichtiger Prozess. Deutschland sucht den Supertreu. Bleibt auf dem Teppich. Das würde ich mir wünschen. Das ist ja wie in alten Zeiten. Ich war jetzt fünf Stunden unterwegs und jetzt streamt immer noch. Ey Leute, ohne Scheiß, mit diesen Streams, ich entscheide mittlerweile echt total spontan. Also ich weiß da wirklich morgens nicht, dass ich mittags oder abends streamen werde. Und jeder Stream könnte auch der letzte sein, theoretisch. Es ist echt, ja, oder es können noch tausend kommen. Es ist, ja, ich frage mich aber ernsthaft, warum ich das jetzt heute gemacht habe. Im Real Love erkennst du die Heuschelei halt eher, ja gut, das kann schon sein. Verstehst du, Mr. Popo? Du, die Heuschelei, die kannst du erkennen und das alles. Aber du kannst nicht erkennen, dass jemand vertrauenswürdig ist. Das geht nicht. Verstehst du, was ich meine? es wäre schön, wenn es so wäre, aber es geht nur in die andere Richtung. Du kannst es immer mit einem guten Schauspieler zu tun haben. Ja? Das ist leider so. Zeig mir, mit wem du bist, war dein Spruch und jetzt sagst du, du wurdest verarscht, sagt auch ein bisschen was, über dich auch mit mich aus. Ja, genau, richtig, richtig. Zeig mir deine Freundin und ich sage dir, wie du bist. Guck mal, mit wem ich hier zu tun hatte, mit den ganzen Leuten. Guck dir das mal an. Ja, richtig. Das sagt sehr viel über mich aus. Und dass ich mir diese Leute vom Hals geschafft habe, das sagt noch mehr über mich aus. So ist es. Aber da musste man eben durch. Ich bin da selber sehr naiv rangegangen an die ganze Sache da. Es war ein unglaublicher Lernprozess. Und viele stecken immer noch voll drin oder so und fallen auf Markus Heinz rein. Ja. Ja, dann lasst euch doch mal ein bisschen vermöbeln von den Bullen. Ich könnte das gar nicht einschätzen, dass es Polizeigewalt war. Lasst euch impfen und holt euch dafür eine Bratwurst ab. Let's Play. Ich hoffe, es kommt jetzt öfter was. Boah, du, ich habe eigentlich nicht so wirklich Bock, da wieder öfter was zu machen gerade. Also, ich frage mich ja, warum ich überhaupt jetzt was gemacht habe. Fühle dich nie gezwungen, etwas zu tun. Du bist frei. Richtig. Richtig. Die damaligen Zeiten mit euch waren legendär. Ja, aber es war legendär, aber es war auch in gewisser Weise auch eine Legende und es war nicht echt damals. Verstehst du? Ich, ich war echt. bin es auch heute noch. Aber das war nicht echt. Verstehst du? Das war wie so eine Theatervorstellung. Und in weiser Voraussicht habe ich auch auf Discord, wo man da diese, da zuordnen kann, die Berechtigungen. Und ich habe da schon in weiser Voraussicht, habe ich da wirklich Rollen aus dem Theater irgendwie so zugeordnet. Ja. Unterbewusst waren wir das vielleicht schon längst klar. Ja klar, wenn man neue Leute kennenlernt, ist es halt immer so, passt. Bei mir geht das mittlerweile unglaublich schnell, wenn ich neue Leute kennenlerne. Sau schnell. Das ist, also dieses Aussortieren, das ist der Wahnsinn. Das ist mega krass. und gerade jetzt, wenn es vielleicht jetzt wirklich mal eng wird oder so, da brauchst du echt Leute, auf die dich abwegs verlassen kannst. Das ist besser, wenn du das dann vorher festgestellt hast, dass es nicht geht. Passt was nicht, guckt man genauer, dann ist das dein Fehler. Ja. Ja, da hätte man teilweise genauer gucken müssen. Nee, aber bei mir war es ja eigentlich schon klar. Das ist ja das Schlimme daran. Verstehst du? Das ist wirklich das Schlimme. Das war mir ja schon klar. Aber ich habe mehr auf die anderen gehört. Verstehst du? Ich habe meiner eigenen Wahrnehmung nicht vertraut. Ne? Und dann müsste es halt noch immer schlimmer kommen. Bis auch ich es dann irgendwann mal verstanden habe. Ja, so war das halt. Aber da hast du recht. Sehr unterhaltsames Theater. Ja, früher schon, richtig. Sag ich auch. Unterhaltsam, aber auf niedrigem Niveau. Ach komm, ein bisschen was war doch jetzt zumindest hier drin mit Infoliga und so, ja. Es muss ja auch mal ein bisschen Action auch drin sein, ja. Sonst ist es ja zu langweilig, ja. Beziehungsweise, es muss ja potenziell auch immer irgendwas kommen können. Hab neulich an Evertar gelesen, der hieß Gov Ditt 19 sehr treffend, ja. Damals war es schwer, alle haben alle verarscht, eine Warnung hätte kein Mensch geglaubt, war doch so. Naja, also wie gesagt, mir war, bei vielen war mir eigentlich schon eigentlich klar. Aber ganz ehrlich, es gab wirklich Leute, und das ist jetzt kein Scherz, bei denen was, ja, wobei, in gewisser Weise war es bei denen auch offensichtlich. Das ist ja eigentlich, das ist das Ärgerliche. Man ärgert sich da auch viel über sich selber. Aber sagen wir es mal so, es gab echt Leute, da habe ich bis zum Schluss noch gedacht, hier, wow, ne. Und das war super krass. Ich kann euch sagen, was mich richtig umgehauen hat, die Geschichte mit Manuel Meint, damals beim Toni, in der Sendung, hart auf Sendung, ja, wo da alles relativiert wurde, was da gelaufen ist, ne. Ey, das hat mich so umgehauen, ey, das war richtig krass, weil das war echt jemand, von dem ich eine ganz, 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 ganz hohe Meinung hatte und der mir auch sehr, sehr, sehr sympathisch war. Ja. Aber das hätte man eigentlich schon vorher erkennen können, schon lange vorher. Habe ich aber nicht. Und da habe ich auch gesagt, dass er widerwärtig ist. Ja, und das habe ich auch so gemeint. Und das war schon, das hat mich komplett umgehauen, weil das war für mich noch jemand, zu dem ich noch aufgesehen habe, damals noch, ja. und das hat mich, ich war da fertig. Damals ist so viel passiert. Ich weiß halt auch noch, wo Toni dann noch alleine Sendungen gemacht hat, wo ich dann nicht mehr reinkomme. Ich konnte nicht mehr. Ich war fertig. Ich war richtig fertig. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja. auch mit anderen Leuten da. Das war damals, das war super krass. Aber das war notwendig. Ich weiß, wie das ist, wenn eine Welt für einen zusammenbricht. Ich weiß, wie das ist, wenn man auf Leute gebaut hat und findet das raus. Aber es ist besser, das rauszufinden, als ewig in dieser Illusion zu leben. Ich weiß, wie hart das ist. Und ich kann auch Leute verstehen, die Angst haben, Angst haben vor der Wahrheit. Ja. auch vor allem in den heutigen Zeiten, dass sie da auf Sachen reingefallen sind. Und das ist ja auch total krass. Ja. Weil die glauben an gewisse Sachen und denken, jawohl, das passt schon alles. Und wenn das dann alles zerbricht, das ist krass. Ja. Gewisse Sachen, die waren bei mir zum Beispiel noch nie. Ich sage euch mal ein Beispiel. Ich war noch nie Demokrat. Ja. Ich konnte damit noch nie was anfangen. Außer jetzt natürlich mit Demokratie oder Freiwilligkeit basiert. Zum Beispiel in einem Verein oder so. Wo man auch, wo man nicht drin sein muss. Ja. Wo man auch einfach rausgehen kann. Das geht aber hier nicht so ohne weiteres. Ihr versteht den Unterschied. Ja, ich war halt noch nie da irgendwie Demokrat oder so. Ich konnte damit noch nie was anfangen. Da ist auch für mich nicht irgendwie eine Illusion zerbrochen oder so. Weil irgendwie, ne. ganz ehrlich, bin doch noch nie wählen gegangen. Noch nie. Wirklich nicht. Noch nie. Ich war noch nie wählen. Ja. Auch damals nicht. Und nicht mit 18 oder so. Ja. Ich konnte damit einfach nichts anfangen. Ja. Aber für andere Leute, da zerbricht eine Welt für die, ne. Wenn die das erstmal erkennen. Damals. Aber wie du sie dir vom Halt schaffst, abartige Leute. Ja. Wie gesagt, jeder kann sich statt noch alles angucken, ja. Also zumindest mal das, was noch da ist. Also ich hab ja, auf andere Kanäle hab ich ja keinen Einfluss. Ja. Und es war halt einfach mega offensichtlich. Und sogar das haben, haben gewisse Leute nicht verstanden, ne. Das war schon krass. Nur, die fallen ja dann nicht nur auf solche Leute rein, die in meinen Sendungen drin waren, die fallen dann auch auf ganz, ganz andere Leute rein. Leute, die sowas nicht schnallen, in ihrem Leben. Ja. Ja. Aber so ist das dann halt. Die Leute wissen, dass sie sympathisch rüberkommen, das ist ja das bei viele. Ja. Und du merkst aber auch dieses, dieses Falsche einfach bei vielen, ja. Du merkst einfach, dass das Künstliche, das ist einfach, ja. Ich hab da einfach zu viel mit Realitätsvertretern zu tun gehabt oder mit Heuchleiten oder so. Das ist einfach, ich bin da wie so ein Spürhund, wie so ein Drogenhund oder so, ne. Der da, der wittert das einfach. Das ist einfach super krass. Und ich sage nicht, dass das bei jedem so ist. Ja. Aber es ist leider oft genug so. Leider. Ich wünsch dir ja, ich würde mich eher. Ja. Aber sorry Leute, ich vertraue da meiner Wahrnehmung einfach ein bisschen mehr. Ja. Du wirst das halt. Und scheißt auf diese ganze Truth-A-Szene. Oder was auch immer. Scheißt da drauf. Aber gut, da müsste aber jetzt selber drauf kommen, ne. Also, aber vielleicht kommt er da irgendwann drauf. Ne. Und wie gesagt, vielleicht gibt's ja irgendwo auch echte Truth. Bin mal raus. Das ist mir leider zu primitiv. Scheint's noch eine Zeit zu brauchen. Das selbst verarbeiten. Tipp. Mach es mit Respekt und bleib korrekt zu deinem Umfeld. Ja. Dann haut doch ab. Aber ich merke das wirklich gerade. Ich merke das echt gerade, ne. Boah, ich glaube, eigentlich ist das jetzt wirklich noch tief, ne. Wo ich eigentlich schon dachte, komm, ne. Ne, ne. Ne, ne. Das ist doch noch interessant, ne. Aber zumindest hilft einem vielleicht die Sendung ein bisschen, dass das nochmal ein bisschen in Bewegung kommt, ne. Mach dein eigenes Ding und bleib kritisch, egal wen du magst und wen nicht. Vertrauen kannst du eh nur dir selbst. Und selbst das ist manchmal schon sehr schwierig. Ich, äh, mochte deine kritische Diskussion damals. Schade, äh, dass du sie nicht mehr machst. Ja, wen willst du denn noch da reinholen? Verstehst du? Ich meine, das hat ja damals noch funktioniert, weil ja diese Illusion damals ja noch aufrechterhalten war. Ja. Aber ich meine, du merkst das doch einfach. Und ein sehr gutes Beispiel für, für Denunziantenturm ist doch, ich hab das nochmal hochgeladen, die, äh, die Dämonisierung des Toni Maoni. Das könnt ihr euch nochmal angucken. Ich hab das, das ist extra nochmal in den Ausschnitt hochgeladen. Da sieht man das richtig gut und selbst da haben das die Leute nicht geschnallt. Und das ist mega offensichtlich gewesen, was da gelaufen ist. Ja. Dass das genau so funktioniert. Sympathie mit Respekt zu vermischen ist gefährlich. Du bestätigst, das ja voll mit dem, was du sagst. Mir muss nicht unbedingt jemand sehr sympathisch sein, damit ich ihn respektiere. Aber, häufig kommt es halt doch beides irgendwie zusammen. Ich bin froh, dass du wieder so stabil bist. Bleib so, Junge. Popo, es sind doch nur Cashballette. Du brauchst keinen Co-Pilot. Mach einfach deine Sendung und bleib real. Ja. Also, was, was für eine komische Sendung heute. Was, was für eine komische. Ey. Total strange. Schöne neue Welt. Ja. Ja. Am Ende, am Ende bleibt eigentlich nichts. Das nennt sich Bauchgefühl. Oh, jetzt, Leute. Soll ich die Sendung umbenennen? Deutschland sucht den Supertroll, oder was? Oder Let's Play sucht den Supertroll, oder YouTube sucht den Supertroll. Aber, mal einen kleinen Moment der Schwäche, da kann man schon mal emotional werden, oder ausrasten. Ja. Ja, Leute, aber glaubt mir, wenn ihr das aus meiner Perspektive sehen könntet, oder so, dann, dann hätte das nicht mehr so den Reiz für euch. Klar, es ist schon manchmal noch interessant, um sich irgendwelche Infos daherzuholen. Man muss da aber auch ganz genau zuhören. Das ist, muss man das halt entsprechend rausfiltern. aber es ist halt einfach, wenn mich jetzt jemand fragen würde, also jemand, der jetzt sagen würde, komm, ich interessiere mich da für Themen, oder so, oder wie kannst du mir denn da empfehlen? Aus dieser Szene da, ne? Und dann würde ich sagen, niemanden. Ich kann dir niemanden guten Gewissens empfehlen. Es gibt doch Leute, die ich mir zum Beispiel schon öfter noch reinziehe, oder so, ja? Aber auch die kann ich nicht guten Gewissens empfehlen. Da ist es einfach zu viel. Ja? Und da muss man auch selber aufpassen, das ist so eine Gratwanderung, ja? Dass man sich da nicht selber ans Gehirn reinscheißen lässt. Ich kann das auch super verstehen, wenn Leute gedacht haben, vielleicht, Let's Play oder so, der ist auch Freimaurer in irgendeiner Geheimgesellschaft. Ich kann das echt verstehen. Oder wenn sich vielleicht Leute die Frage gestellt haben, wo ist denn der dabei? Für wen arbeitet der? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich kann das aber saugut verstehen, weil das ist ja das Normale. Das ist ja das Normale. Nicht umgekehrt, ja? Ist doch wie in dieser Serie Deutschland 89 oder die Mauer fällt. Guck das mal. Also die erste Staffel Deutschland 83, die war super gut. Die zweite Deutschland 86, glaube ich, die war auch scheiße. Und die dritte, ja, es ging so. Das konnte man sich nochmal angucken. Und jedenfalls unser Protagonist lernt da halt so eine Tussi kennen. Und ich habe mir auch die ganze Zeit gefragt, ja, arbeitet sie jetzt für die Stasi oder für den BND? Ja, wo ist die denn dabei? Und die Frage wird auch in der Serie gestellt, wo die dann da auch sitzen. Hä? Für wen arbeitet die denn? Und eigentlich wird das nie ganz aufgelöst. Aber am Schluss heißt es halt quasi, ja, ja, sie war halt real. Sie war wirklich nicht irgendwo dabei. Wobei man das ja auch nicht weiß. Es könnte ja sein, dass noch eine Staffel kommt und da kommt dann raus, dass sie alle verarscht hat oder so, ne? Aber da wäre ich zum Beispiel gar nicht drauf gekommen, dass die vielleicht für gar keinen gearbeitet hat oder beziehungsweise ja schon drauf gekommen, ich hätte es aber eher für unwahrscheinlich gehalten, ne? Und deswegen kann ich das auch verstehen, wenn Leute denken, wo ist der jetzt dabei? Ja? Klar, da kommt man schon gar nicht mehr drauf, wenn man selber in diesen ganzen Strukturen drin ist. Ja? Ja, natürlich. Ich kann es ja manchmal selber nicht glauben. Ich kann es ja manchmal selber nicht glauben, dass ich aus eigenem Antrieb heraus sowas gemacht habe. Ja? Ich glaube, das ist total unüblich. Ja? 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 Das ist die, 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 das ist absolut, wie nennt man das? Also, ja, es gibt manchmal Sachen, die gibt es gar nicht, ne? Hey, wir haben noch viel Spaß. Ne, zumindest habe ich die Träume müssen unterhalten. So ein komischer Alleinunterhalter. Du alleine kannst schon gute Gespräche leiten, bist ein guter Moderator. Egal, ich bin mal aus, hier leucht, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob ich ein guter Moderator war oder nicht, aber, ich finde aber auf jeden Fall, dass ich es geschafft habe, interessante Leute zusammenzubringen und das da auch, finde ich auf jeden Fall, ja? Also, ob man deswegen aber ein guter Moderator ist, ist halt die Frage, was man darüber versteht, aber, ähm, und ich finde, in Anbetracht dessen, welche Leute hier drin waren und wie viel da immer relativiert wurde, ne? Man musste ja da ständig, da war wie so ein Sog, ja? Und dass man ständig rudern musste, damit man nicht da reinkommt. Und ich muss sagen, in Anbetracht dessen, ne? In Anbetracht dessen, ist da wirklich noch richtig viel dabei rausgekommen. Nicht, weil diese Leute drin waren, sondern obwohl die drin waren, zum Teil. Ja. Das ist echt, das ist wirklich eine Leistung. Das ist eine echte Leistung, muss ich sagen. Das ist richtig. Stimmt. Stimmt. Aber andernfalls wäre da noch viel mehr rausgekommen, glaube ich. Ich hab Weitblick, ich seh dich, ich hasse übrigens dieses komische Zeichen, dieses, ich weiß nicht, ich mag das gar nicht mehr Leute, das man gefällt mir leider nicht, deine Aussagen, ich sitz hier und schüttel den Kopf, ja, das hat eine Trolle so an sich. Komische Sendung, weil dich auch mal jemand ertappt, oder warum? Dann fühle ich mich, ja, du hast, das, hast du mich ertappt. Ja, aber du hast, du bist wenigstens noch ein bisschen unterhaltsam, XX. Stimmt's? Ja. Warum habe ich heute die Sendung gemacht? Ich frage mich das wirklich. Ich frage mich das echt, warum ich die gemacht habe. Ja, es ist einfach so, weil die Zeitqualität die richtige war wahrscheinlich. Gar kein, was? Guck, selber wäre meine Antwort, es gibt es aber für den mach sich keine Wärme. Ja, du, ich, ich, äh, Was, einen Lack habe ich schon da gelassen? Ja, danke. Äh, 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 aber ich, ich, ich habe mich da echt schon ziemlich weit entfernt, das merke ich. Also, äh, 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 Ich bin noch so ein bisschen am gucken nach einer Uhrzeit, wo man jetzt, wo das einfach sehr gut passen würde, da Erschluss zu machen. Und dann noch so die passenden Überleitungen irgendwie zu finden, so für den Schluss, oder noch so ein paar Schlussworte zu finden oder so. Aber da fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht mache ich auch einfach so jetzt los. Also jetzt sind wir gleich bei 3 Minuten 40, vielleicht dann so bei 3,45 oder so, ne? Ja, es ist jedenfalls die Zeit des großen Abschieds, ne? Also, ja, wo man sich von vielen Menschen einfach verabschiedet, wo einfach da vieles ans Licht kommt, ne? Und das ist teilweise super hart, aber was ist es halt immer? Wir sind ja hier schließlich bei, so ist es, und nicht bei, es wäre schön, ne? Ja, aber wenn ihr einfach mal euch von bestimmten Illusionen getrennt habt, dann dann haben diese Illusionen er hat doch gar keinen Reiz mehr. Oder es ist nur noch sehr wenig Reiz. Also wenn du zum, wenn ihr zum Beispiel jemanden für echt haltet, wirklich für echt, und findet dann mal raus, ja, der ist wahrscheinlich eine Kunstfigur, ne? Dann ja, dann hat das nicht mehr so den Reiz, ne? Versteht ihr? Und ihr seid eigentlich überall von Kunstfiguren umgeben, das ist euch nur nicht klar. Das ist, das ist sagenhaft. Aber das ist auch so ein Ding, da kommt man halt, äh, Schritt, Schritt für Schritt fallen eben da gewisse Sachen auf. Das geht nicht mal nur auf morgen. Ja? Und ja. Und im Endeffekt auch hier auf YouTube oder auf anderen Plattformen, ihr sitzt auch wieder von dem Bildschirm. Wie? Oder vielleicht sitzt ihr wirklich sogar von dem Fernseher und es läuft darüber. Smart TV oder was. Und oder Smartphone. Und ihr sitzt auch wieder von dem Bildschirm und ist es eigentlich auch wieder Fake in gewisser Hinsicht. Also zumindest vieles. Von dem nicht alles. Aber ja, und eigentlich ja, eigentlich ist da gar nicht so ein großer Unterschied. Ja? Also ein ja, so ein LCD-Bildschirm, ja? Ähm, oder oder von einem Smartphone halt auch, ne? Ähm, Ja, jedenfalls, ähm, das ist halt wie, wie so ein dunkler Spiegel, wo ihr da reinguckt, ne? Das ist euch halt schon mal aufgefallen. Aber was zeigt euch denn der Spiegel? Zeigt euch denn der Spiegel die Realität? Oder zeigt euch alles spiegelverkehrt? Übrigens, das ist ja auch interessant, dieses Magazin Der Spiegel. Ist doch schon drin im Namen. Ja? Ja, ja, zeigt sich der Spiegel verkehrt, ne? Zumindest ist es nicht selten so, ne? Wie es aussieht. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass in dieser Welt hier ihr euch nicht selber sehen könnt. Jetzt könnt ihr sagen, ihr war doch im Spiegel, aber das ist der Spiegel verkehrt. Jetzt könnt ihr sagen, ihr war auf Videoaufnahmen oder sowas, ne? Aber das sind ja auch nur Aufnahmen. Ist ja auch nicht hundertprozentig. Ihr könnt euch tatsächlich nicht selber sehen. Es sei denn jetzt irgendwie, ihr würdet den Körper verlassen und würdet von außen gucken. Dann vielleicht schon. Aber ansonsten geht das nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich finde das nicht ganz uninteressant. Sag ja, Moinicholen, Baby! Dauert er wohl noch. Ja, ja, manchmal schon, ne? Das eine oder andere sitzt doch noch tief, ne? Aber man ärgert sich meistens über sich selber auch. Also, dass man so dämlich war, ne? Nur ganz ehrlich, ich finde, der Entwicklungsprozess, der ging aber auch ziemlich schnell, ne? Also, wenn man da jetzt mal guckt, über 2017, dann 2018, also, das war schon eigentlich schasant. Und die meisten machen ja diesen Entwicklungsprozess gar nicht oder bleiben dann einfach stehen, ja? Und lassen sich ihr Leben lang verarschen. Ne? Ja, Ach, so gewisse Leute, wo ich halt früher so gedacht habe, oh, warum schnallt der das jetzt nicht? Oder so, ne? Oder was hat denn der schon wieder? Wo ich mir heute denke, das war vielleicht alles gar nicht so. Ich bin da vielleicht schon völlig falsch in einem anderen rausgegangen, ne? Weil diese Leute vielleicht noch nie echt waren, ja? Und das halt einfach sehr gut geschauspielert haben, ne? Ja. Ist halt, da muss ich auch sagen, dann Kompliment, ne? Also, ja. Nee, aber wenn ihr einmal aus dem Kindergarten raus seid, dann könnt ihr da nicht mehr rein. Das ist, bleibt euch verwehrt. Das ist, wenn, wenn gewisse, gewisse Dinge euch klar sind, da könnt ihr nicht mehr so ohne Wartes zurück. Das funktioniert nicht mehr. Geht nicht mehr. Ja? Ja. Wer glaubt, dass der Messias nachts im Internet vom Rechner predigt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Hier trifft sich auch nicht der Durchschnitt der Gesellschaft, sondern nur die Einsamen. Naja, also ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen allein und einsam. Zum Beispiel, ich jetzt gerade hier, bin jetzt gerade allein, aber nicht einsam. Ich bin auch nicht einsam, weil ich jetzt allein in dieser Sendung bin. Das ist nicht so interessanterweise. Früher wäre das so gewesen. Früher hätte ich mich da ganz schön einsam gefühlt. Aber jetzt bin ich eigentlich froh, dass da jetzt keiner drin ist, der irgendeinen Schwachsinn labert. Ich finde das manchmal nämlich auch sehr anstrengend. Klar, wenn da jetzt Leute drin wären, so was da irgendwie mega cool ist und bla bla, ja dann würde ich mich da schon drüber freuen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, verstehst du, weil Einsamkeit ist ja auch so ein schmerzliches Gefühl. Also das ist ja irgendwie dann, einsam ist man ja, wenn man alleine ist, aber nicht allein sein will. Und das ist ja gerade nicht der Fall. Auch ich bin natürlich schon einsam gewesen in meinem Leben. Wie wahrscheinlich jeder andere auch, aber oder die meisten anderen, aber eigentlich nicht jetzt gerade. Und ich weiß nicht, ob das hier nur irgendwelche einsamen Leute gucken. Ich fände das eigentlich schade, wenn es so wäre. Die tun mir dann auch wirklich leid, wenn ich ehrlich bin. Also vielleicht gucken die das nur, weil die einfach keinen anderen haben. Nur wenn das vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen so ist bei euch, dann muss ich euch sagen, dass ihr dann immer noch weiter seid als ich meine, ich sage euch jetzt mal folgendes, früher in den Sendungen, da waren ein Haufen Leute drin und da fühlt man sich ja jetzt nicht irgendwie alleine, aber in Wirklichkeit war ich trotzdem alleine. Versteht ihr? Ich habe es halt nur nicht gemerkt. Und wenn ihr zum Beispiel von falschen Freunden umgeben seid, dann seid ihr trotzdem alleine. Ihr bemerkt es nur nicht. Ihr denkt, ihr habt die Leute um euch herum. und ja, also eigentlich sogar, wenn ihr jetzt da ganz alleine daheim sitzt und euch das anguckt und euch darüber im Klaren seid, dass ihr jetzt auf irgendwelche Wichser vielleicht keinen Bock habt, dann seid ihr eigentlich noch besser dran, obwohl ihr da jetzt alleine sitzt, seid ihr eigentlich noch besser dran, als diejenigen, die sich noch mit den ganzen Wichsern umgeben und da noch denken, sie könnten da groß drauf zählen. Und dann ist nachher eine Krisensituation und passiert nichts. Und findet das dann raus. Ja, da sind die eigentlich noch besser dran. Und ich finde zum Beispiel jetzt, wo ich zum Beispiel jetzt hier alleine eine Sendung gemacht habe, da bin ich besser dran, als früher, wo dann, keine Ahnung, acht Leute drin waren oder so. ich aber das nicht geschnallt habe, dass ich eigentlich doch alleine bin. Versteht ihr? Da ist doch ein bisschen was dran. Und an diesem Werdegang, wenn man euch das mal so anguckt, vielleicht die Leute, die das früher verfolgt haben. Es ist ja einfach auch, wie soll ich das sagen? Ja, man sieht da einfach diesen Prozess, den da jemand durchlaufen hat. vielleicht geht es ja dem einen oder anderen so ähnlich oder so. Oder kann sich da hineinversetzen oder denkt sich, ja, kann ich irgendwie verstehen. Früher, wo ich mir das angeguckt habe, habe ich auch nicht geschnallt. Aber inzwischen ist mir das klar geworden. Vielleicht geht es ja manchen so wie mir. Manchmal sucht man die Wahrheit und vergisst zu leben. Nein, man verlernt es sogar. Das meine ich. Seine Echo-Kammer macht den Zeitvertreib zur Hauptsache. Das sehe ich überhaupt nicht so. Verstehst du? Also wenn ich jetzt hier, glaube ich, Tag und Nacht sitzen würde und hier jede Sendung oder jeden Tag, verstehst du, was ich meine, dann wäre das vielleicht so. Aber ich glaube, selbst dann vielleicht noch nicht mal. Es gibt ja wirklich Leute, die sind ja nur am Stream die ganze Zeit. Gut, war ich früher auch. das heißt nur, aber schon oft. Da habe ich ja noch gedacht, da würde man irgendwas bewirken damit. Aber ja. Aber wenn schon leben, dann nicht die Lüge und die Täuschung leben. Also stelle ich euch mal vor, ihr werdet verheiratet. Und was wäre euch denn lieber, wenn ihr das wüsstet, dass eure Ehefrau euch bedrückt, also wenn sie euch bedrückt würde, oder wenn ihr das einfach nie erfahren würdet. Also ganz ehrlich, ihr würdet es doch wahrscheinlich schon gerne erfahren wollen, ja nicht? auch wenn es hart ist, ne? Aber so das ganze Leben verarscht zu werden, wäre irgendwie auch scheiße, ne? Auch selbst wenn ihr das nicht mitkriegen würdet, ne? Aber ich glaube, die meisten würden das nicht wollen, ne? Ja. Und man hat manchmal wirklich den Eindruck, diese Welt hier, diese Welt hier, ja, es ist wirklich irgendwie dazu da, um durchschaut zu werden, ne? Und es blättert immer mehr ab, die ganzen Schichten irgendwie, so kommt einem das wirklich vor. Krass. Und vielleicht bleibt am Schluss nichts mehr übrig. Oder das, was am Schluss übrig bleibt, ist man selbst. Dann hat man alles, was man nicht ist, so, jetzt würde man es abstreifen, versteht ihr, was ich meine? Denen ist es manchmal sehr schwer herauszufinden, wer man selbst ist. Das kann man manchmal auch gar nicht so ohne weiteres. Aber man kann herausfinden, wer man nicht ist. Ja? Und wenn ihr euch die Frage stellt, wo seid ihr hier? Naja, da haben wir ja vorhin viel drüber gesprochen, ne? Wo sind wir eigentlich hier? Was ist das hier eigentlich für ein Ort? Vielleicht ganz anders, als man uns das erzählt. Und die Frage, mit wem sind wir hier? Ja, man kann sich mal die Frage stellen, wie manche Leute sich verhalten. Und ich finde, manche Leute verhalten sich schon ziemlich roboterhaft. Damit meine ich jetzt nicht, dass das Roboter sind. Ja? Aber es ist doch interessant. Manche Menschen verhalten sich einfach so, die haben eine gewisse Programmierung und dann macht ihr irgendwas, was die Programmierung ja nicht beinhaltet. Und dann, keine Ahnung, wird das einfach abgewiegelt. Versteht ihr, was ich meine? Ist auch ganz interessant. Ne? Ja. Mit wem seid ihr eigentlich hier? Aber wisst ihr, diese Sendungen, die sind ja auch so ein bisschen, ich finde, man ist da auch ein Stück des Weges auch gemeinsam gegangen, finde ich. Also so als jemand, der diese Sendung gemacht hat und natürlich auch die Teilnehmer und auch die Zuschauer. Ja? Finde ich. Also, das war auch vielleicht ein beschwerlicher Weg oftmals. Ja? Aber manchmal kann man auch was draus ziehen, indem man einfach guckt, was haben denn die anderen für Fehler gemacht oder so. Ja? Und vielleicht, die Fehler, die ich gemacht habe, die braucht ihr jetzt vielleicht zum Teil nicht mehr zu machen. Ja? Und ich denke mal, dann hat euch das schon was, ich habe sehr, 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 sehr viele Fehler gemacht. Selbstverständlich. Aber ich habe auch sehr, 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 sehr viel daraus gelernt. Ja? Ja, und vielleicht hat das da irgendjemandem was gebracht. Das würde mich total freuen. Ja? Also, ich weiß noch nicht, wann die letzte Sendung kommt. Vielleicht werde ich jetzt so meine Zeit lang aufhören, weil ich finde, 60, das ist halt wieder so eine runde Zahl irgendwie. Also, ja. Eigentlich war mit dem letzten Video schon alles gesagt. Also hier, bedingt durch das Schicksal, die Würfel sind gefallen. Ja? Das hätte man eigentlich so stehen lassen können, wenn ihr mich fragt. Ich warte hier nur noch gerade, dass das vier Stunden um sind. ne? Aber trotzdem, auch wenn das jetzt nicht ganz so ergiebig war, wie ich mir das irgendwie erhofft habe mit der Sendung heute, ne? Schöne neue Welt, was stehen uns da bevor und so. Ja, ich habe ein bisschen mehr Input erhofft. Aber ich finde trotzdem, ähm, war es auch nicht uninteressant. Ja? Also, lief jetzt nicht unbedingt so, wie ich es mir irgendwie erhofft habe. aber, ja. Und mir ist auch nochmal das eine oder andere nochmal bewusst geworden. Nur mal so ein paar Kleinigkeiten, ne? Ja. Ich hoffe wirklich, egal was jetzt kommt, ne? Also, ob jetzt eine Fake-Revolution kommt oder hier Fake-Putsch oder die große Alien-Agenda oder alles zusammen, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass möglichst viele von euch nicht in den Honigtopf reinfallen und da hängen bleiben. Ich wünsche wirklich möglichst vielen von euch, am besten allen, dass ihr wirklich in die Freiheit gelangen könnt. Dass ihr nicht wieder in den neuen Käfig verfrachtet werdet, dass ihr da nicht freiwillig reingeht, da müsst ihr nämlich freiwillig reingehen, ja? Und, ja, dass ihr da einfach rauskommt, ja? Und, dass, wenn ihr es schafft, in die Freiheit zu gelangen, ja, dass wir uns dann da draußen in Freiheit wiedersehen werden, ja? das würde mich unheimlich freuen. Wenn das möglichst viele von euch schaffen. Und dass es alle schaffen, ist natürlich ein Wunschdenken, ja? Ja, aber das wäre, das wäre mega cool, ja? und damit beende ich die heutige Sendung. Bis dann. Und, das wäre mega cool, da ist es, ja? Ja, da ist es, ja? Vielen Dank.